Wann wird die Rente im Monat Juli 2022 gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir bekommen aktuell zurzeit wieder viele, viele Anfragen zum Thema Zahlung der Rente im Monat Juli. Da haben viele Leute oder einige Leute Befürchtungen, dass die Rente erst am Montag, dem 1.8.2022 gezahlt wird. Da kann ich nur Folgendes sagen. Die gesetzlichen Vorgaben sind da relativ eindeutig. Die Rente im Monat Juli wird immer am letzten Bankarbeitstag des Monats Juli gezahlt. Das ist der 29.7., ein Freitag. Das heißt also, die Rente wird nicht am 31.7., dem Sonntag, gezahlt, sondern am Bankarbeitstag 29.7. ist der sogenannte letzte Bankarbeitstag im Monat Juli. Und jetzt müssen wir unterscheiden, wer seine Rente nachschüssig bekommt. Das heißt also, wenn die Rente nach dem 1.4.2004 begonnen hat, der bekommt seine Rente für den laufenden Monat am 29.7. gezahlt. Das heißt also, am 29.7. für den Monat Juli gezahlt. Wer seine Rente vorschlüssig gezahlt bekommt, das heißt also, wenn er seine Rente vor dem 1.4.2004 erstmals bezogen hat, der bekommt seine Rente am 29.7. für den Monat August schon gezahlt, also vorschlüssig gezahlt. Mit den Rentenleistungen für die nachschüssige Zahlung für den laufenden Monat Juli am 29.7. werden auch die Rentenanpassungen zum Juli 2022, die ja am 1.7.2022 Geltung haben, mitgezahlt. Da muss sich also im Wesentlichen niemand irgendwelche Sorgen machen. Also, Sie merken sich bitte für den Monat Juli. Letzter Bankarbeitstag ist der 29.7. Das ist ein Freitag und an dem Tag muss auch das Geld von der Rentenversicherung auf Ihrem Konto sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.